So, Samstagmorgen, 8 Uhr, Brötchen gekauft, da vorne rum war, bisschen Übersiedlung, Körnerbrötchen. Schwanke geht auf. So, was ist das hier? Was ist das hier? Komische Fahrräder oder Kutsch? Irgendeine Kunst. Hätten wir nicht gesehen. Ganz schön voll. Motel. Hey, 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 hey. So, dann haben wir eine Feier hier. Ein Saal. Mal gucken, ob wir einen Parkplatz finden. Jawohl. Da ist einer. Na ja, fahren können wir noch. Na Mutter, da ist die Kleinen ja bald groß hier. Mutter, jetzt komme ich mal zu mir. Die Kleinen. So, tschüss. Jetzt kommen hier die ganzen Kinderwünsche vorbei. Luftballons mit Wunschzetten dran. Eieieieiei. Eieieieiei. Der ganze Himmel ist voller Luftballons. Verrückt. So, der kommt. Oh, der kommt nicht hoch, da unten, der. Na, kriegt er die Höhe nicht. Der ganze Himmel ist. Da, da unten, der. Und dann ist das, der hier in der Hälfte. Da kommt nicht hoch. Hier.